Und da bin ich schon wieder der Uwe von We Are Matters und wir schauen uns heute des Saints and Sinners an, Chapter 2. Das heißt das zweite Teil vom Spiel Saints and Sinners. Und ja, mein Fazit zu dem Spiel ist eigentlich ganz einfach. Es ist so wie der erste Teil, nur bessere Grafik. Aber ansonsten, das Spiel selber ist nach wie vor dasselbe wie beim ersten Teil. Das heißt, man hat wieder Missionen, man hat sogar, also ich weiß nicht, wie viele sich neu entwickeln haben müssen für das Spiel, aber man hat sogar die selben Levels, die selben Stationen, wo man hinkommt. Ich weiß nicht, wie es jetzt geht. Aber für mich war es jetzt nochmal wichtig, euch zu zeigen, wie es grafisch eben ausschaut. Und ja, ob es es auszahlt. Also wie gesagt, jemand, der den ersten Teil gespielt hat und dem das gut gefallen hat, der kann ohne Weiterseite 40 Euro wieder für den zweiten Teil ausgeben, weil es ist ja dann wieder ziemlich ähnlich mit Missionen zu erfüllen, mit Aufgaben zu erfüllen. Und das ist auch wichtig, wenn ihr den ersten Teil gekauft habt, weil damit man beim zweiten Teil dann gleich weiß, wie das Spiel funktioniert. Weil es wird dann am Anfang, man kann das Statutorial nochmal spielen, aber wenn man das erste gespielt hat, dann weiß man genau, wie es funktioniert. So, das war jetzt eh eins vermutlich von meinen letzten Videos, na, Scherz, eins von meinen letzten Videos hier im Wohnzimmer, weil nämlich, ich bin gerade dabei, ich habe gerade angefangen, von diesem Wohnzimmer, Wohnzimmerküche, rauszukommen und in ein Zimmer zu gehen, da meine Tochter nämlich auszieht. Habe ich nämlich jetzt ein Computerzimmer, ein eigenes, das wäre jetzt dann bald mit Greenscreen, also ich mache gar keinen Greenscreen, ich werde die Wände grün malen, habe meinen Computertisch schon gekauft, meinen neuen Monitor schon gekauft, werde dann alles ins neue Zimmer übersiedeln, dann gibt es wunderschöne Bilder und Fotos, wie das dann ausschauen wird und dann habe ich mehr Zeit zum Spülen, weil es ist das Problem, ich sind wir da im Wohnzimmerküche, es kommt ständig jemand rein und du kannst da fast nie ein Video machen und wenn dann endlich eine Ruhe ist, dann ist es Mitternacht und dann bist du meistens schon selber zu müde, um ein Video zu machen. So, jetzt ist es gerade aktuell schon wieder 23.10 Uhr, ja, jetzt werde ich das Video noch fertig machen, damit ihr das morgen anschauen könnt und wer von mir noch kein Abo da hat, bitte ein Abo losen. Wie gesagt, Walking Dead Chapter 2, also zweiter Teil, seit heute im Oculus Rift Store, das ist jetzt die Rift-Version, ich spiele es nur über die Pico. Hat allerdings auch ein paar Probleme gehabt, das heißt, ich habe gewisse Sachen nicht gesehen und es hat ein bisschen geruckelt, ich weiß aber nicht warum. Vielleicht war heute einfach eine schlechte Übertragung, alles mögliche, ich müsste es noch einmal mit der Quest probieren, das mache ich vielleicht heute sogar noch einmal, aber es hat soweit funktioniert und dann losgegangen. Also wie gesagt, grafisch besser, ein ordentlicher Schritt jetzt zum ersten Teil, aber hat auch grafische Fehler, also gewisse Sachen, so wie die Scheiben und so weiter, da siehst du genau, das ist einfach flache Scheiben und es schaut auch nicht so toll aus, wie es ausschauen sollte. Gut, also wie gesagt, der, was auf solche Spiele steht, der ist mit dem zweiten Teil top beraten, weil für alle anderen es ist, es ist eigentlich nur ein Upgrade zum ersten Teil, also man könnte fast sagen, es ist ein DLC, ein teurer DLC, weil für 40 Euro ist es natürlich, erwartet man eigentlich ein kompletter Neuespiel, ist es aber definitiv nicht, es ist der erste Teil mit neueren Levels und so weiter und zu fort und besserer Grafik und das war es eigentlich. So, wer von mir noch kein Abo da hat, bitte ein Abo da lassen und Daumen waren wichtig, so wie immer, desto mehr Daumen, desto besser ist es für jeden Kanal. So, das war es, schaut euch das Spiel jetzt an, vielleicht gefällt es euch ja doch, tschüss Papa, euer Obe. Jetzt sind wir hier am Startbildschirm von The Walking Dead, zweiten Teil Sensen Sinners, seit heute offiziell im Oculus Store und nachdem ich das Spiel ja schon für die Quest gekauft habe, ist es jetzt auch kostenlos für die PC-Version, also für die Rift-Version und ich muss euch echt ganz ehrlich gesagt sagen, die Playstation-Version habe ich noch nicht gesehen, also liebe Firma Skydance, gell? Ihr könnt mir ohne Weiters gern einen Schlüssel auch für die Playstation-Version schicken, damit ich da einen Grafikvergleich habe, aber es schaut schon irrsinnig gut aus, also wenn man jetzt das andere kennt, wow, es schaut richtig gut aus, das Feuer schaut auch cool aus, der Boden ist auch so ein bisschen wie Schiwaschi, also das ist, die Sachen, die sind ziemlich, ja, aber wie gesagt, das soll jetzt ein erster Eindruck von euch sein, das Pferd schaut cool aus. Ja, was habe ich noch gemacht, ich habe eigentlich nur die Sprache in Deutsch gestellt und habe die Vignette abgestellt, weil mit Vignette kann ich nicht spielen, dann hätte ich gesagt, wir versuchen einmal ein neues Spiel, ein sauberes Spiel und fange von Null an, importiert den Vollstück, okay, dann machen wir ein sauberes Spiel, so, ein ausgeglichenes Spiel, das zu Beginn einfach ist, aber mit der Zeit immer schwieriger wird, für neue Spieler, die ein neues Spiel eintauchen möchten. Nehmen wir das. Nehmen wir die nette Dame, Armauswahl, was haben wir denn da für einen Unterschied? Keine Ahnung, ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Achso, ein bisschen mehr ordern, naja, gut, passt, vorbi, ist egal, irgendwas Tutorial ist so, ob wir ein Tutorial starten oder nicht, für alle geeignet, die neu sind, das Spiel schon erkennen, das Original Tutorial für grundlegende Gameplays, okay, dann werden wir das nicht machen, weil das ist das Tutorial vom ersten Teil, das überspringen, neue Spiel starten, also wie gesagt, grafisch hat schon mal cool ausgeschaut, wir spülen das Ganze mit der Pico 4, was natürlich einfach cooler zum Spülen ist, weil ich das größere Field of 4 und so weiter habe, boah, das Flak hat jetzt gerade der Vollgas vor mir. Also das schaut super und scharf aus. So, das ist der Henry vom ersten Teil, der ist eigentlich im ersten Teil kein Umfunk gestorben, was du mir erinnern konnt. Nachdem wir jetzt eigentlich nur schauen wollen, wie cool es ausschaut, von der Grafik her überspringen ich das jetzt, wenn es überhaupt geht wohl, kann man überspringen, Gott sei Dank, das geht Quatsch, das brauche ich nämlich nicht. Und dann geht es einmal los, ab ins Spiel. So, jetzt flackert es wenigstens nicht mehr so schlimm. Ah, da oben ist er, servus. Also das schaut schon einmal definitiv besser aus, als die Questversion. So, ich schaue noch mal, warum es bei mir da ziemlich stark ruckelt, momentan. Das ist natürlich ein Viertel einer Playstation-Version, da ruckelt nichts. So, ich werde noch einmal kurz probieren. Wenn man da irgendwie ins Menü kommt. Nein, jetzt komme ich nicht wirklich ins Menü. Was schlecht ist, was ich sagen muss, ob das jetzt an der Picoli, weiß ich nicht. Ich sehe Sachen, die im unteren Teil eingeplanet werden, relativ nicht wahr. Ich habe das nämlich schon einmal kurz gespielt, aber ich komme mich nicht mehr an innen. So, ah, okay. Den Blaupaus muss ich nehmen. Ah, da ist schon der erste. Der erste Zombie. So, das war natürlich überhaupt kein Thema. Boah, das ruckelt ein bisschen. Schaut doch auch cool aus. Also das war jetzt ein bisschen schwierig. Ah, jetzt gucken wir uns hier wieder, da war noch einer. Wie ist das, da kann ich mich echt schon immer erinnern. Na ja, da kommt man nicht so. So, wo ist denn der jetzt her? Das ist witzig, dass ich mich echt nicht daran erinnern kann. Da ist noch einer gekommen. Wo ist denn er jetzt her? Boah, Hand weg. Was? was ist denn tot? so wo ist denn der? so, jetzt haben wir auch schon drei Tote ihr könnt mit der Hauntimmer, was ist denn das? cool jetzt haben wir sogar die Waffen boah, tut jetzt noch einer kommen so, ich bin zwar nicht der Freund von der Waffen eigentlich, weil mit der Ochs das ist alles viel lustiger 2,70 Schuss, also das ist schon mal gut, Schuss hat man sehr viel, die Waffen wirken nach wie vor kaputt nein, draußen ist sogar ein Vogel, ok, wir gehen uns einfach mal an ich hoffe, dass diese Rucklerei bald aufhört alles andere ist gleich geblieben, wer das Spül noch nicht gespült hat, man hat ihm, da sind diese Armbandl, damit man seine Verletzungen wieder pflegen kann was ist das? so, da nehmen wir noch eine Dose mit ich nehme an, dass es jetzt eh relativ leicht ist schauen wir, was los ist da ich muss meine Taschenlumpen mitnehmen mit der Taschenlumpen kann man schön, wunderschön hin und her leicht, wenn ich sie auslasse, ist sie automatisch wieder auf der Brust, das heißt, dort wo ich hinschaut, dort leuchtet sie so, das ganze schaut grafisch relativ cool aus ok, müssen wir nachschauen da, jetzt werde ich nach unten gegriffen, was im Tagebuch drin steht, entkommen aus dem City hat er gelernt mit dem Blaupausen, also ich brauche im Prinzip gesehen nur da auserster Bude servus servus Ich würde eher das Axtalle nehmen, die schaut mir recht cool aus mit den Stocheln drauf. So, kommt er wieder raus. Also, es ist jetzt grafisch definitiv zur Seen-Sensiv-Version, zur Original-Version auch einiges besser. Immer so bei dem Spiel keine Angst haben, also wirklich da die Gegner. Man soll das mehr als Arcade spüren und sehen. Da, halt den Kopf. Also immer funktioniert das nicht. Aufpassen, ob da noch einer ist. Das Geschirrn hatte mir eigentlich eine Frau. Schauen wir mal, ob da jetzt noch wer kommt irgendwo. So, bevor wir uns da weiter kümmern. Also es hat, ich weiß nicht, ob das jetzt gleich besser wird. Ich habe da so ein leichtes Ruckeln drin. Munition ist immer gut. Aber wenn du halt so in Ruhe schauen, das schaut schon cool aus. Das ist schon grafisch nicht so schlecht. Da kommt wieder der St. Franky. Ah, die Leichen verschwinden leider komplett. Habe ich nicht so gern. Ich hätte sie gern, wenn sie da liegen bleiben taten. Also da steht jetzt einer, nein, okay. Boah, da ist gut. Da kann keiner hinter mir kommen. Die beste Variante ist immer noch mit einer Hand halten. Und der zweiten Hand dann. Och, ich glaube das war ein Kumpel. Boah. Naja. Weiß das halbe Gesicht. So. Also das funktioniert mit der Hocken ein bisschen schlechter. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ich muss eigentlich nur entkommen. Also das sollte jetzt nicht das große Thema sein. Ah. Also ich vermute, dahinter sind noch ein paar. Ich kann leider nicht klettern. Also ja. Ich freue mich nur die Oxt rein. Oh, der schmeißt mich weh da rauf. Okay. Dann holen wir uns wieder die Hocken. Also man kann alles da in sein, man kann da alles in seinen Rucksack geben. Von großen Sachen. Große werfen wir uns auf die andere Schulter. Apropos andere Schulter. Ich schau mal kurz. Dann haben wir noch nichts. Ja, da kommt schon wieder eine nächste. Als grafischen Vergleich, muss ich sagen. Schaut da schon cool aus. Und ich nehme mir stark an. Dass die Playstation Version ziemlich gleich ausschauen. So. Dann gehen wir da weiter, indem wir da eine Türe aufgemacht gekriegt haben. Einmal Taschenlumpenleuchten. Dann gehen wir mal davon aus, dass das da ausgegangen ist. Also einfach werden sie es ja nicht machen. Oh. 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 Wie kann man das mal laufen? Oh. 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 Soll ich selber wieder überlegen, wie sie durchgezündet hat. Das sieht auch schon cool aus. Perfekt, haben wir es geschafft. Kommt noch wer. Das war jetzt echt klar, dass die Stirn überbricht. Also so, mein erstes Fazit ist, ach, sehr gut. Schaut cool aus auf jeden Fall. Kann ich für die Waffen haben? Nein, gibt aber nicht. So, dann müssen wir zu dem gehen. Was für den Spül ist, ist es natürlich immer. Heirat jetzt viel zum Quatschen. Und du musst das wirklich mit der Quest probieren, ob es da besser ist von der Sicht her. Aber wie gesagt, die Schrift, die da auch unten ist, ich sehe sie zwar, aber da muss ich mich schon relativ stark darauf konzentrieren. So, jetzt Y drücken. Dann kann man sagen, ja, nein. Und die liest da jetzt auch nicht viel durch, sondern wir spülen jetzt wirklich nur, ach, ja, ja. Wir sagen mal, irgendwas einmal, damit wir weiterkommen. Hauptsache, wir sehen mal, wie der Spül ist. Es ist leider immer sehr, sehr, sehr viel zum Lesen. Ist allerdings natürlich, wenn man jetzt richtig durchspülen will, essentiell, das ist ganz wichtig, wenn man durch dort die ganzen Tipps kriegt, wie man wohl da kommt. Bravesouls. Oh. Not sure, brave fit morons would be more about them. Don't challenge me, Podge. Almost got me killed. And the blueprints you can grail? That's when a place is that infestide. Maybe you can the next time you perform one of your fire barrel sermons. Sollte aber die Blaupausen von uns haben. So. Die sind da. Das sind einfach die Blaupausen für das weitere Spül. Und jetzt. From what I saw on there. It gonna be a long wait. Patience is a virtue. True. But I want what everyone wants. Community. A full town, many of my people. The rumors. Thinking everyone. And on. But spanned together. Also, ich glaube, wenn man da alles durchliest, dann ist man sehr lange dabei. Der ist lange dabei. Der Spiel hat, glaube ich, 56 Gigabyte, wenn es jetzt auf der PC-Version. Was die Playstation-Version braucht, weiß ich natürlich nicht. Aber wie gesagt. Lieber Entwickler. Falls ihr mir das als Grafikvergleich geben wollt, gerne. So. Was kriegen wir denn da wieder Schönes? Einen Brief. An Sonny Peter Carter. Oh. Ich will den jetzt gar nicht lesen. Ja, was mache ich jetzt damit? Ein Brief an Sonny Peter Carter beschreibt die Änderungen und Verbesserungen, die gerne ein Abkommen zwischen dem Verband und dem Fahrhaus vornehmen würde. Okay. Kriegst du den? Sorry. I need a moment. I'm ready to listen. I lost my train of thought. Oh. Yes. So. Dann nehmen wir das auch mit. Und dann schauen wir, dass wir loslegen. A preacher with a dash of business savvy. I'll give him your letter. My grandfather sold knowing Sonny to the floor waiting for my ... Your weapons and gear are just out. Perfekt. Also eine Art, Aufgabe im Tagebuch hinzugefügt. Ah, und das ist einfach das Gute. Du hast da das Tagebuch drin. Und da steht drinnen, was du das nächste Mal musst finden. Ein Boot in der Nähe. Ein Boot wäre in einer Karte im Tagebuch angezeigt. So. Das ist das altbekannte schon vom ersten Teil. Ich nehme an, ob das die Ausgangstil ist. Jawohl. Ach. Jetzt habe ich mich zuerst erschreckt. So. Schauen wir uns das da mal an. Ah, es schaut schon ziemlich gut aus. Es ist natürlich jetzt die Barmer und so weiter da unten. Die bockeln noch so hin und her. So leichte Vibrationen. Also das ist nichts Besonderes. Die Vögel sind halbwegs flüssig. Hm. Aber vielleicht hätte man doch ein bisschen mehr von der PC-Version erwartet. Okay. Wow. Was ist das? So. Wir nehmen mal so ziemlich alles mit, was wir kriegen können. Ein zweites. Normallgläder rein. Was brauchen wir denn noch? Ja, was zum Trinken. Anbinden natürlich. Also ich muss sagen, in der Version, die ich da jetzt genommen habe. So. Kriegt man doch so einiges. Okay. So. Und ansonsten braucht man die Sachen noch nehmen und hinter die Schulter werfen. Dann wird das alles verstaut. So. Wir nehmen mal nur die Axtalle und legen wir mal los. Da unten sind auch alles noch in der Halle. Also die werden wir natürlich nichts tun. So. So. Dann gehen wir jetzt ein Boot suchen. Wir nehmen mal, dass da in der Nähe noch keine Gegner sind. Cool. Wesperle. So. Das ist halt eher. Das schaut halt nicht wirklich besonders gut aus. Wenn man da die Einschusslöcher anschaut. Das schaut halt nicht aus wie Einschusslöcher, sondern wie Gemahlen. So. Jetzt hat der natürlich gesagt, ich soll über, das machen wir jetzt so, wie wir es offiziell machen sollen. Na. Wir schauen jetzt einfach auf die Karte. Also der, was den ersten Teil schon gesehen hat. Da sieht man jetzt genauer da vorne und dann nach rechts ist ein Boot versteckt. Da nebenan kommen jetzt eh noch keine Gegner. So. Da ist auch das Boot. Da können wir eigentlich laufen. So. Die nehmen an. Überprüfen die Kanal 47. Das ist dann am Schiff. So. Dann fahren wir jetzt einmal in die Ruhestätte. Und ich glaube, das funktioniert gleich wie beim ersten Teil. Das heißt, man muss immer zu seinem Bus zurück. Das ist sozusagen eine Station, wo man craften kann, wo man Sachen kaufen kann, wo man Waffen sich bauen kann. Das funktioniert alles von dort aus. So. Wie gesagt, ich habe gerade heute die alte Version gespielt. Ich finde sogar, dass das jetzt komplett gleich ausschaut. Da war das da oben gleich ausschaut. Ich glaube, da haben sich gar nichts geändert. Ja. Das schaut komplett identisch aus. Das Einzige, was mir auffällt, ist, jetzt gegenüber der Playstation VR, ist, dass das Bild jetzt im Dunkeln viel schöner ist. Auf der Playstation hat man so ein leichtes Netz, kann man sagen, ist da eben nur, wenn es dunkel ist. Das hat man da jetzt nicht. Also das schaut richtig verhältnismäßig jetzt zu einem anderen gut aus. Warum habe ich gesagt craften? Du hast da diese Tonne und kannst dann diese Sachen, die man da hat, reinschmeißen und dann kriegt man halt Schießpulver, Bolzen, Metall und natürlich alles, was ich natürlich da in der Tasche habe, kann man dann auch da rein tun. Das fügt dann auch Sachen hinzu. Was habe ich denn jetzt eigentlich noch mit dem Brief? Weiß ich gar nicht. Das nehmen wir alles nicht mit. Das sind das für komische Steiner. Drei Zucker und Ballaststoffe. Also das sind so Brötchen. Okay. Hat nicht so ausgeschaut wie Brot. Und so weiter und so fort. Und dann kann man sich draußen auf der Werkbank Sachen bauen. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, da ist ja ziemlich, ziemlich schon was vorbereitet. Wow. Schrottflinken. Alles schon da. Dann hätte ich gesagt, wir legen wir mal los und schauen wir mal ein bisschen wohin. Nehmen wir mal zwei so eine Beile mit. Weil was jetzt ganz neu ist, auf jeden Fall ist, dass das da ausgeht. Im Merchensy-Dor. Wie, das funktioniert nicht. So, dort haben wir normalerweise noch unsere. Den muss man im ersten Teil nicht mehr als Zorn bauen. Da musst du aber auf Kanal 61 ab jetzt fortwiesen. Oder 60. Hätten sie auch auf Deutsch machen können. Schauen wir mal wo man da hinkommt. Aha. Okay. Da ist noch ein Produktionsplatz und da unten kommen wir runter. Schauen wir mal. Dann können wir mal schauen, was da unten gibt's. Schauen wir mal die Taschenland mal rein. Und hier nehmen wir mal so eine Messerle mit. Okay. Da ist einmal nichts. Da ist auch nichts. Ah, okay. Nachworfen. Okay. Also das ist jetzt zum ersten Teil ein bisschen anders. Ich weiß noch, ob ihr das leichte Huckel im Video auch sieht. Ich meine, es ist problemlos spürbar, muss ich wirklich sagen. Und ich habe einen sehr potenten PC. Also bei mir läuft Half-Life Alyx und so weiter alles in höchster Einstellung flüssig. Okay. Ah. Das haben sich geändert. Das habe ich gar nicht geschaut. Ich glaube oben. Im ersten Teil hat man nämlich ein Bett. Das ist jetzt da. Weil da ist nämlich diese Einschlafflaschen. Das heißt, wir saufen am Abend. Und dann kann man schlafen. Okay. Die Uhr haben wir eigentlich auch wieder. Haben wir auch wieder. Okay. Ich habe gesagt, wir gehen mal schlafen. Okay. Also das hat sich jetzt zum ersten Teil auf jeden Fall verändert, dass der Schlafplatz nicht mehr im Bus ist, sondern dass da ein eigenes Bett gibt. Das heißt, man geht jetzt durch den Bus durch und hat dann hinten raus noch so ein Bett. Okay. So. Aufgabe im Tagebuch aktualisiert. Sehr gut. Jetzt haben wir zwei Mal sozusagen da heroben. So. Das ist sehr weit heroben. Okay. Bus, Schlafplatz. Alles klar. Und wir schauen mal, was wir für Aufgaben haben. Henry. Das sind die ganzen Erklärungen. Und ich will jetzt ja noch wissen, dass ich das nutze, die Herstellungsstationen um Vorräte herzustellen. Okay. Warte darauf, dass der Sunny. Okay. Also es kommt eine Meldung oben aus dem Funkgerät und wir müssen die Stationen oben einmal benutzen, um Sachen herzustellen. Das machen wir natürlich. So. Da wollte ich noch schauen, was es da drin gibt. Nix. Tagebuchgeschwerheit. Okay. Schwere Panzerung können wir jetzt damit herstellen. Die findet man immer wieder, diese Zettel, wo man dann halt irgendwas herstellen kann. So. Dann gehen wir da wieder raus, nachdem da drin nichts aufregendes ist. So. Wenn ich zum Beispiel Phosphor hätte von 15, dann könnten wir das erste schon verbessern. Was ist das? Bevor du losst, solltest du gut vorbereitet sein. Nimm unbedingt Waffen, Nahrung und Medizin mit. Jawohl. Das ist schon klar. Dann nehmen wir die Pferde mit. Ich glaube, habe ich noch eins erwischt. Weil der Pferde und Bogen, der war nämlich schon in meinem Schiff, also in meinem Bus. So. Perfekt. Ich hätte aber gesagt, wir machen jetzt noch eine Mission. Also das sieht auch gut aus. Also vergleichsmäßig kann man schon sagen, die Grafik ist schon mal cool. So. Und die war da, vermute ich, dass sie auch links ist. Genau. Da kann man schon alles herstellen. Da sind einige Sachen, die ich machen kann. Pfeile und so weiter. Aber das ist mir jetzt egal. Pfeile brauche ich nicht. Dann haben wir da noch so ein Dings. Messer habe ich jetzt eh mit. Ach. Hier werden wir es jetzt einfach mal riskieren. Halt. Munition. Nehmt man immer mit. Schüssel wieder mal eh genug. Alles klar. Da kann man einfach alles, diese Äxte, diese an den zweiten Rucksack, aus dem Rucksack mehr reinpasst. Ja. Und 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 und. Dann ist ein Schutzanzug. Den haben wir jetzt gerade die Beschreibung gefunden, wie der gebaut wird. Und wir sollen mal glaube ich noch da her gehen. Es ist Zeit für einen Treffentourist. Finde uns im Magazin unter der Kirche. Alles klar. So. So. Was ist das? Da wischen wir die Duschenlampe. Da musst du wirklich total rechts nehmen. Jetzt rechts. So. Soll ich einfach irgendwas herstellen wahrscheinlich. Dann machen wir das einmal schnell. So. Ich stelle her. Ich hätte gesagt. Ich hätte gesagt. Wir nehmen uns eine Keule. So. Ich hoffe das nicht damit. Das kann ich jetzt normal auch hinter die Schulter tun. Jawohl. Jetzt habe ich es immer hinter der rechten Schulter. So. Schauen wir mal kurz. Hat noch immer nicht funktioniert, dass das jetzt erledigt ist. Und da sollen wir noch immer den Kanal suchen. Ich habe immer früher echt eingebildet, dass der auf Anne 60 war. So. Schauen wir mal kurz. Baupläne haben wir noch keine. Karte. Safecodes. Aufträge der Verband. Das ist jetzt auch nicht. Das sind doch jeweils drei Aufträge wahrscheinlich. Das war cool. Das haben sie im alten Teil noch nicht gehabt. Okay. Der Pfandkönig. Die Öffnung seines Geschäftes über Funk angelegt. Aber ich habe vergessen, welchen Kanal der ist. Hallo. Okay. Ach. Jetzt sollten wir mal was tun. Da hinten müsste normal noch diese Laterne sein. Die gibt es noch immer. Da kommen dann auch so zwischendurch kleine Missionen. Und wir gehen jetzt aber zum Boot und spüren mal eine Mission. Wenn es schon geht. Ich hoffe, dass das jetzt freigeschalten ist und das jetzt nicht irgendwas noch machen muss vorher. Ich überprüfe Kanal 47. Da ist es schon so. Da ist noch alles gesperrt. Passt. Aber jetzt wissen wir wenigstens Kanal 47. Deswegen ist es gar nicht so blöd, wenn man den ersten Teil schon einmal gespült hat. Dann weiß man, was es geht. So. Jetzt tun wir den 47 ein. Und eins noch. So. Die Untiefern müssen wir auf jeden Fall. Der hat zwar noch nichts gesagt. Aber jetzt dürfen wir immerhin in die Untiefe fahren. Und das ist nämlich auch, was ich mich jetzt erinnern kann. Das gleiche wie im ersten Teil. Also die Untiefe sagt mir was. Ich glaube, das hat dort alles komplett gleich geheißen. Auch die anderen Namen kommen mir jetzt ziemlich bekannt vor. So. Jetzt schauen wir mal die Ruhestätte, die Untiefe. Können wir noch nicht anklicken. Ja, da schwimmen ein paar Leichen drin. Okay. Eigentlich würde der Echer das auch noch zeigen, wie das dann funktioniert. Aber gut. Wir gehen jetzt einmal wieder zurück zum Bus. So. Ich werde mal oben noch schauen, was hat er denn da. Ja. So. Wenn wir jetzt einfach mal ein paar Sachen machen. So. Jetzt können wir den besseren Rucksack auch machen. Das ist automatisch. Sehr gut. Tiefe Taschen. Das heißt, jetzt haben wir da auch ein paar Slots mehr. So. Ja. Jetzt riechen wir die Taschenlampen. Okay. Dann schreibt man ja immer noch das Gleiche. Aufgabe im Tagesbuch hinzugefügt. Das sind jetzt auch eine Magel mit. Oder muss man da hören einmal. Wurscht. Kann auch am Boden liegen bleiben. Wir schauen, was ich jetzt für eine Aufgabe dazu gekriegt habe. Also das mit meinem Brustauschen, das funktioniert ja auch nicht so gut. So. Jetzt haben wir noch einen neuen Auftrag gekriegt. Begib dich zum Magazin unter der Kirche. Finde den Weg durch die Katakomben oder das Aquädukt. Begib dich zum Magazin unter der Kirche. Finde dich den Weg durch die Katakomben. Magazin unter der Kirche. So witzfrohst du. Wir gehen gut hin, wo ich schon kehre. Also der erste Eindruck, es ist natürlich grafisch um einiges besser als bis heute. Genau. Ich komme da nicht rein. Ich muss die andere Hand nehmen. So. Kannst du weggehen, du Tier. So. Aber da kommt nämlich immer wieder eine Lateran da rein. Die ist mit dem Sorg da rein. Da kommt dann immer wieder neue Sachen, die man dann bekommt. Werden spielen. Das kann ich mich auch noch erinnern. Das ist ja schon so lange her, weil ich das erste wirklich gespielt habe. Das gibt es ja schon so lange. So. Katakomben unter der Kirche. Also oft einmal sind das ja wirklich Rätsel. Da kann man vielleicht den Bogenschießen üben. Katakomben unter der Kirche. So. Jetzt gehen wir nochmal schauen, ob wir wo hinfahren dürfen. Also so grafisch Sonne und so. Das schaut schon alles cool aus. So lieber Firma Skadence. Aber irgendwie kommt mir das Spiel vor. Ah, jetzt sind alle. Jetzt kann ich überall hinfahren. Dann fahren wir in die Untiefe, oder? In die Untiefe. Aus Neugierde. Jetzt funktioniert es. Gott sei Dank. Ich habe einfach vergessen, diesen Zettel oben zu nehmen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also das schauen wir uns jetzt noch an. Irgendwie ist es aber nicht irgendwie ein neues Spiel. Sondern irgendwie ist es ein Update. Finde ich jetzt. Das ist das Dunkel. Wo ist eigentlich meine Pistolen hin? So, da geht es nur zurück. Sollte es natürlich vermeiden zu laufen. Siehst du da? Hey, das schaut ja komplett gleich aus wie im ersten Teil. Weil das ist die Stelle, wo die eine Dame wartet. Und da wird da vorne vermutlich das blaue Haus sein. Okay. Es ist sehr finster. Aber wie gesagt, das schaut jetzt besser aus, wie bei der Playstation VR. Auf der Playstation VR. Aber sobald es dunkel war, hat es katastrophal ausgeschaut. Und da vorne vermutlich das blaue Haus von Erstendal. Und da vorne vermutlich das blaue Haus von Erstendal. Und so funktioniert das Spiel einfach, weil du musst einfach nur Missionen machen. Das heißt, Aufträge erfüllen und das ist definitiv komplett das gleiche wie Füllung sie nicht reinmachen brauchen. Und das ist wieder die Bude, die man da oben reinsteigen kann. Und da ist einfach nichts los. Jetzt gehen wir noch mal ins Haus rein, da ist ein Gegner wieder, oh der ist jetzt doppelt und dreifach da. Also kleine Änderungen hätte ich jetzt schon mal gesehen, aber definitiv keine Spül. Das schaut auch komplett gleich aus. Und wie gesagt, bei dem Spiel braucht man nicht wirklich Angst haben, weil am Anfang scheißt man sich noch ein bisschen an, ich sag jetzt einmal der Horrorfaktor ist da noch extrem. Aber dann irgendwann einmal gucken wir halt einfach drauf, dass das eher mit den Zombies ein bisschen so Action Arcade ist. Aber das war es dann schon. so, da ist alles gleich. Alles komplett gleich irgendwie. so, da hinten ist irgendwo normalerweise das Zimmer, genau. Da findet man im ersten Teil, wenn ich da das Mikrofon und das Ganze zeig, das ist alles komplett gleich. außer dass es heute da jetzt grafisch viel besser ausschaut. Die Ochs nehmen wir natürlich auch mit. Da ist sogar noch immer das gleiche Skadet drin. Ja, jetzt wollen wir echt einmal schauen. Aha, da oben sind ein paar Hansis. So, jetzt kommen wir jetzt aber rein. Da ist nichts markiert. Ich kann mal davon aus, dass die jetzt gleich auftauchen werden. Obwohl aber normalerweise das Haus hier zu ist unten. Und du musst eigentlich da drüber reinsteigen. Also wie gesagt, das ist komplett gleich wie beim ersten Teil. Nur grafisch hätte ich gesagt, war die PlayStation VR-Version PS, die gibt es jetzt auch. Also man kann jetzt für ein paar Euro, das war für 10 Euro wird schon gekauft, die PlayStation VR-Version kaufen. So, da ist auch nichts los. So, jetzt springe ich da jetzt runter und verletze mich ein bisschen. Oder ich gehe da bei den Stacheln vorbei. Jetzt bin ich aber trotzdem angekommen. Und da draußen werden jetzt vermutlich die Bahugas da auf mich warten. Hallo. Servus. So. So. Das sind gerade die zwei, die da vorhin immer getippert sind. Und da sind noch ein paar, aber ich glaube ich habe da einfach, ich habe da noch keinen Auftrag. Ich muss da echt irgendwie schauen, was man da jetzt genau machen muss in dem. Beim anderen habe ich schon gewusst, da war ich schon relativ weit. Da habe ich aber auch alles durchgelesen. Aber wie gesagt, für mich ist das heute einfach noch ein kostenloses First Impression. Weil eben dadurch, dass ich die Quest-Version gekauft habe, hat man die Version da jetzt kostenlos. So. Und was soll ich jetzt zum großen Fazit sagen? Ach du. Sonst ist er rüber ab. So. Was soll ich jetzt großartig sagen? Es ist natürlich eine grafische Verbesserung. Keine Frage. Es schaut um einiges besser aus, als wie der erste Teil. Weil den habe ich heute kurz auf der Playstation gespielt. Und wenn ich mir den jetzt da genau anschauen, das schaut schon recht gut aus. Aber halt auch nicht wirklich alles, siehst du. Wenn man da jetzt schaut, das schaut so aus wie aufgezeichnet. Das Ruckeln stört mir ein bisschen. Aber man gewöhnt sich dran. Ja. Und das war es eigentlich. Ich glaube, das ist am Anfang nochmal der erste Eindruck, wie es grafisch ausschaut. Also der Spiel ist fast mehr oder weniger identisch zum ersten Teil. Es ist auch lustigerweise der erste Teil. Also das Level ist komplett gleich. Es ist wirklich. Es ist wirklich der erste Teil. Und kein neuer Teil. Sondern es ist absolut die gleichen Karten. Mir kommt ja vor, dass die ganzen Karten da jetzt gleich sind. Nur ich habe jetzt da keine Mission gefunden. Also es steht wieder etwas da, was ich tun soll. Also muss man wirklich jetzt einmal nach der Reihe diese Sachen da abklappern. Die, was da in der Anleitung gestanden sind. Ja. Und das war es eigentlich. Wieder zurück zum Boot, weil ich will nicht da irgendwo drauf gehen. Hmm. Old Town. Heute war irgendwo skated. Beste Reisezeit ist jetzt. Überprüfe Kanal 47. Das habe ich wohl gemacht. So. Die Untiefe. Da bin ich ja wohl da. Da ist ein Zeichen drauf. Versteckte Nahrung. Noch drei. Okay. Da sind einfach gewisse Sachen. Old Town. Bei wo da ist es wirklich komplett identisch zum ersten Teil. Das mit der Uhr habe ich eigentlich auch noch nie überrissen. Da werden wir die Spülschen so oft gespielt. Was dann alle die Spülschen öfter gespielt haben. Ihr kennt euch sicher gut aus. Das kapiert jetzt nicht ganz. Wollt eigentlich zum Boost-Druck. Da habe ich einfach das Falsche genommen. So. Das muss ich sagen ist nicht wirklich der Vorteil von der Playstation und vom PC. Die Ladezeiten sind natürlich schon der Hammer. Bei der Quest zwar hast du wirklich ewig wartet. Aber gehen wir jetzt wirklich zum Fazit über. Es ist ein Walking Dead Sehens in Sinne aus Zusatz. DLC hätte ich jetzt gesagt. Es ist kein komplett neues Spiel. Es ist eigentlich sehr ähnlich. Es sind die gleichen Levels. Es ist das gleiche Spiel. Also wenn ich das spielen wollte, dann kauft es unbedingt das erste. Habe ich nämlich gehört, dass es total verknüpft ist miteinander. Das heißt man muss eigentlich fast den ersten Tag Spül haben. Um sich da beim zweiten Teil zurechtzufinden. Es wird im Tutorial alles erklärt, wie es funktioniert. Wie man das alles da macht mit dem ganzen Dings. Also wenn man da direkt mit dem zweiten anfängt, tut man sich schon schwerer. So 47 habe ich eingestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch alles tun muss. Ich weiß es wahrscheinlich auch. Ich bin nicht mehr allzu oft zu spülen. Aber weil ich die Zeit nicht habe. Aber ich meine, die machen wir für euch. Das ist ein grafisches Teil. Also ihr mal seht, wie das Ganze funktioniert. Wie der Spül klappt. Also ich sehe da leider jetzt nichts mehr, wo ich noch alles machen muss, damit ich da... Ah, das Maschinengewehr. Also da kann man alles mögliche noch bauen. Das Maschinengewehr angefangen. Und das man jetzt da unten in dieser Station hat. Das ist jetzt der Unterschied. Ja, und neue Missionen natürlich. Also ich würde sagen, es gibt einen Grafik-Update. Es gibt neue Missionen. Ja, das war's eigentlich. Andere Waffen natürlich. Und dann sind wir durch. Okay. Ich hätte gesagt, das war's von mir für heute. Und falls ich jetzt auch noch echt einen Key kriegen sollte für die Playstation-Version, schaue ich es mir auch grafisch noch an. Ich gehe nämlich davon aus, dass es trotzdem noch ein bisschen besser ausschaut. Zum einen natürlich, weil das Filter von der Playstation noch einmal höher ist, als das von der Pico. Zum einen. Zum einen. Und zum anderen. Ja, grafisch wird das gleich sein. Aber es wird eben einfach besser ausschauen. Es ist einfach für die Playstation direkt abgeschnitten, also direkt ausgelegt. Das war's eigentlich. Also jetzt 40 Euro ist, wenn einem der erste Teil gefallen hat, bestimmt der zweite Teil auch 40 Euro wert. Weil dann spielt man das ja wirklich durch und ist wahrscheinlich einige Stunden beschäftigt. Für mich, ich teste die Spiele eigentlich hauptsächlich einmal. Einfach mal, um ein kurzes First-Impression zu kriegen. Und das war's eigentlich von mir. Gut, passt. Wer von mir noch kein Abo hat, bitte ein Abo abschließen. Und es kommen jetzt demnächst dann einige neue Spiele. Ich habe nämlich ein neues Computerzimmer bald demnächst. Dann wird mir unser Computer alles umgebaut. Ich werde den Greenscreen malen und, und, und. Und dann habe ich viel mehr Zeit. Weil aktuell stehe ich ja noch immer in meinem Wohnzimmer. Wie ihr seht's. Okay, passt. Tschüss Papa, euer Uwe. First-Impression gelungen. Bloomberg. Intro Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.